Wow, noch intensiver. Wir haben vor ein paar Minuten diese Transmission in Englisch aufgenommen und das Studio war mit blauer Licht geflütet und sehr, sehr viele Strahlenblaue Wesenheiten dabei. Es in Deutsch gibt auch zwei Goldene. Es ist wirklich erwünscht, dass dies getan, gegeben wird. Es geht darum, schließlich die Menschheit von dieser Glaube an eingeschränkte Liebe und Meindel an Liebe zu löschen und der Rückkehr zur Realität und zur Wahrheit. Körgeln 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ich dich bitten möchte, jeder, nicht nur die mit Diabetes, ist dieses Video täglich zu benutzen. Wenn genügend tausende von Leuten diese Einschränkung an der Liebe für sich beheben, das speichert sich automatisch in dem morphogenetischen Feld und dann ist es möglich, das zu intensivieren. Und dann wird eine zweite Bearspeicheldrüse-Transmission gegeben. Danke. Danke.